Wie man Einlagen richtig anwendet Molikare Premium Lady Einlagen für leichte bis mittlere Blasenschwäche Nehmen Sie das Produkt aus der Packung. Anschließend das Produkt entfalten und einfach die Schutzfolie an der Unterseite entfernen. Dann das Produkt mit dem Klebestreifen in der Unterhose befestigen. Bei größeren Einlagen ab drei Tropfen empfehlen wir das Fixieren mit der Molikare Fix Pants, damit das Produkt eng am Körper liegt und optimal sitzt. Die Fixierhose drei Viertel hochziehen. Die Schutzfolie des Klebestreifens entfernen. Das Produkt im Schritt mittig positionieren. Die Fixierhose ganz hochziehen und die Seite mit dem Klebestreifen an die Unterwäsche drücken. Nach dem Tragen werden die Einlagen herausgenommen und im normalen Hausmüll entsorgt. Molikare Premium Einlagen für Frauen sind hautfreundlich.